Ideen-Screening und Brainstorming sind unverzichtbare Methoden für Unternehmen, die innovative Produkte oder Dienstleistungen entwickeln möchten. Diese kreativen Prozesse sind dafür entscheidend, um vielseitige Perspektiven zu sammeln und damit die Basis für eine erfolgreiche Umsetzung zu legen. In der Phase des Brainstormings ist es wichtig, eine Vielzahl an Ideen zu generieren, ohne sich zunächst um die kritische Bewertung der Vorschläge zu kümmern. Doch wie geht es danach weiter? Nach dem Brainstorming steht das Ideen-Screening im Mittelpunkt. Diese Methode hilft dabei, die gesammelten Ideen gezielt zu bewerten und die besten Optionen auszuwählen. Hierzu sollten klare k.o.dash-Kriterien festgelegt werden, die als Filter dienen. Diese Kriterien können Zeitrahmen, Umsetzungsfähigkeit oder Marktpotenzial umfassen. Ein sorgfältiges Screening sorgt dafür, dass nur die vielversprechendsten Konzepte weiterverfolgt werden. Dies ist besonders wichtig, um Ressourcen effizient einzusetzen und sicherzustellen, dass das Endprodukt den Bedürfnissen des Marktes entspricht. Ein weiterer wesentlicher Aspekt des Ideen-Screenings ist die Vermeidung typischer Fehler. Oftmals werden schwache Ideen nicht ausreichend aussortiert, was den gesamten Innovationsprozess hemmt. Akzeptanzfehler, bei denen unausgereifte oder nicht umsetzbare Ideen nicht erkannt und weiterverfolgt werden, können zu erheblichen Rückschlägen führen. Daher ist es entscheidend, bereits im Vorfeld klare Kriterien zu definieren und diese konsequent anzuwenden. Dies steigert nicht nur die Effizienz, sondern verbessert auch die Qualität der finalen Entscheidungen. Zusätzlich zum Screening-Prozess ist es ratsam, professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Eine erfahrene Agentur kann wertvolle Einblicke bieten und beim Finden innovativer Ansätze helfen. Gemeinsam lassen sich maßgeschneiderte Strategien entwickeln, die dazu beitragen, sich erfolgreich auf dem Markt zu positionieren und sich von Mitbewerbern abzuheben. So kann man die Stärken des Unternehmens optimal zur Geltung bringen und zugleich Herausforderungen proaktiv begegnen. Abschließend lässt sich sagen, dass Ideenscreening und Brainstorming eng miteinander verknüpft sind und zusammen einen erfolgreichen Innovationsprozess ermöglichen. Während das Brainstorming Kreativität anregt und neue Ansätze hervorbringt, sorgt das Ideenscreening dafür, dass diese Ideen gezielt bewertet und priorisiert werden. Durch eine strategische Herangehensweise und gegebenenfalls externe Fachkenntnis kann jedes Unternehmen seine Chancen erheblich verbessern. Viele machen über Produkte mit Gerät und Geigen anwes footnot. Für ganz die Krampagne ist eine Verpflegung für die Bei Gestalture und die EU-Djänben dabei kann man die Vertrauenimmen어가